25.11.2023, ab 12 Uhr an der Gold-Else, an der Siegessäule in Berlin. Letzte Generation, Blockaden. Ich werde oft gefragt, ob ich mit der letzten Generation sympathisiere. Und ich kann ehrlichen Herzens sagen, ich sympathisiere extrem mit diesen jungen Menschen. Ich bin 57 Jahre alt, habe, wenn ich Glück habe, noch 30 Jahre zu leben. Leute, die heute geboren werden, haben noch 80 Jahre. In 80 Jahren kann viel passieren. In 80 Jahren können wir viel machen. Und heute, spätestens, sollten wir damit anfangen. Leute, seid dabei. 25.11.2023, ab 12 Uhr, an der Gold-Else in Berlin. Letzte Generation.